Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. 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 Ich bin Ich bin Die Schöne sind am Arsch, die meine Zögel nicht aufzuhalten. Diese Beschimpfungen sind inakzeptabel. Hopp, hopp! Are you ready for what's down here, Nova? Oh, shit! Oh, shit. Oh, shit! Oh! Oh, shit! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! Was ist das? Geht! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, you're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? I don't understand these symbols. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventures. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Scheiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasser beeindrucken, Helga. Meine Güte, Scheiner. Sie sind ein solcher kohärenten Kacker hier. Sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiots. Na, bitte. Sehen Sie sicher, dass es richtig ist, Helga. Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Leben. Sie gleich ein. Helga, was ist das? Ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaggenhüll. Gaggenhüll. Na, bitte. Sehen Sie, Scheiner. Sehen Sie. So beherrscht man einen Monster. Ha. Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich stehe hier. Ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anerwecken! Ah! Oh, ah! Nein, oh, oh! Meine Güte! Ah! 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 Ah!